Peggy18 Ah ja und dann sind wir wieder zurück zum FD2 mit Bonusmap Warmwurt Und Coach wie kannst du nur mit einem ganzen Magazin von der Schrotflinte auf den Armhunter ablassen? Hat er gar nicht gemacht Aber ich auch so anders Okay dann machen wir jetzt Jetzt haben wir in der letzten Folge die kleine Türle gemacht und haben die kleine Schlüssel gesammelt Die haben wir jetzt noch nie gesetzt weil das heilt Jetzt machen wir die große Schlüssel Was? Die Sto- Nein! So wallhack das Oh jetzt habt ihr voll verzielt Okay Machen wir etwas grosses Dörle What? Ignoriert mich vollkommen Aber total Reloaded Reloaded Oh Ah Aha ok Ich glaube wir müssen die Platte anschieben Oh Und das heisst garantiert Incoming Wenn überrascht Geil Wäre ja ein Wunder wenn nichts passieren würde Geil Wer macht's Geil Mh Mh Entschuldigung Ja Ich hör'n Hunter Du BASTARD Du BASTARD Ahhhhhhhhhhh Ja... Ich glaube doch, hier kann man melee weapon... Gut, Ballgrund, mehr in Ruhe! Ja, das sieht nicht schlecht aus für melee. Waaahhhhhh... So, überall aliens! Waaahhh... Nie mehr hätten einen Scheiss-Zumpf-Zombie gestorben. Und? Der vor, der lebt noch! Oh, jetzt ist drin! Ah, andere! Waaahhh... Und Pille! Und... Molli! Oh, Molli! Ammo hier! Molli! Molli! Ich habe einen Pipe! Ich habe einen Pipe! Ich weiß auch nicht... Ich weiß auch nicht... Das ist doch unser UFO! Oh! Oh! Oh, ja! Hol uns ab! Ich will nicht spielen! Bring uns Massenvernichtungswaffen! Ich würde schon gerne einen Rocket Launchen! Ach was! Flammenwerfen! Okay! Was?! Dieser Hund und Smoker aus unserem Raumschiff! Keine Ahnung! Blut! Ah! Oh! Mach mal! Oh! Ah! Wo ist der Hand da? Da vor mir! Ah! Glück haben wir! Hey, der kommt ja bis raus! Das muss abschissen! Irgendwie rüscht man das heil macht! Der hat mich ongeladen! Der hat mich aufgeladen! Der hat mich aufgeladen! Oh, der ist besser! Ah! Ich liebe dich, N-P-C-S! Diese 그러나 schön! NPC ist safe! Aber total! Geh weg mal! Ich will sie noch auf dich schiessen! Ja, Handle! Ich komm doch nicht mal raus, hey! So viele! Ah, Jockey! Hat mich! Nein, ich muss reloaden! Oh, Rochelle, weg deine Arsch! Fuck! Ich muss schon heilen! Boah, ich musste auch... Ki! Hopp! Hey, jetzt werde die Pipe werfen, ich habe es irgendwie vergessen von Panik! Ja, ich wollte sie eigentlich ohne einsetzen, ich wollte sie mir sparen! Ich wollte sie mir eigentlich sparen, weisst du? Oh! So wie ein gutes Stück Barbecue! Schön krass am Geniessen! Das ist richtig schön blutet! Das Bitter hat jetzt tönt wie ein Creakens Schmei! Hehehe! Äh, ach! Pics Creepen! Pics Creepen! Himmel! Pics Creepen! Ich muss aufwachsen! Militäresniper bringt's doch nicht so! Aber sie ist egal, Luis! Ich hab mal ein bisschen drinnen! Weee... Snakes i Sparen und so! Jetzt sind wir hier voll! Äh, jetzt sind wir dort drinnen gseh! Äh, ja dort drinnen gseh! Ja dort drinnen gseh! Oh, ein Tor! Achtung, Schatz! Weiss! Wo? Wo ist er? Wo ist sie? Soll ich ein Mini-Weapon holen? Soll ich die Waffen wechseln? Weisst du, beim Schieben ist die Mini-Weapon schon gut. Du musst nur in eine richtig lügen. Ich brauche schon mal eine andere Waffe. Wo ist das? Ich glaube hier, oder? Äh... Nein, ich glaube nicht da. Nein! Hier war der Sniper, oder? Doch, hier war der Sniper! Das habe ich gesehen. Ja, aber das ist doch mit Schock-Case. Nein, da ist der Waffe... Nein, da ist nicht der Waffe-Pick. Dann ist der Tinder. Dann ist, glaube ich, so... Gerade gegenüberschräg. Ich habe eine gute Orientierung. Ich habe keinen Plan, wo ich durchlaufe. Nein! Nein! Okay, dann André Seite. Ich glaube, dass du was stundlangen im Kreis fernst. Ringe-Ringe-Ringe-Ringe. Hey! Jawoll, du hast gesehen! auch zu tun macht seit BUMBA BOMBA warum ich auch nicht mehr Mini-Wappen sie muss ihn kommen um ein paar Seiten zupfen Das ist zu, das ist grau. Aber von da sind wir doch gekommen. Ja. Ich meine, da liegt der Scharke. Ich glaube, das, was man gemacht hat, geht zu. Was ist da, David? Was ist da? Nein, das haben wir gemacht. Nein! Und da? Ist doch da drin gesehen, hast du gesagt. Aber es ist nicht aufgegangen. Hey! Geh auf! Komm, du mal! Ich komme! Hä? 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 Dann haben wir Spud gemacht. Hä? Ich hoffe nicht. Dann gehen wir einfach mal in die Mitte. Okay. Ja, hier ist schon kein Schiebe-Ding. Aber 100 pro incoming. Was ist das da? Not all player red. Es sind all... Es sind aber alle... Ah, jetzt. ... ... Ich finde ich irgendwie lustig. Was kann ich jetzt so machen? Ich habe gesehen, ob sie ein bisschen buggy sind. Wenn sie am Boden fallen, wird der Boden schwarz. Wie bist du da so doof? Was kann ich jetzt da machen? Keine Ahnung, aber ich sehe da so etwas wie ein Fenster oder so. Und auf dieser Seite? Sonst ist er schon vollkommen geschlossen. Und das Gnome-Bild sehe ich. Und was denn? Äh, nothing. Was? Nö, nothing. Ist hohl. Leer. Ich gehe auf ein Gnome-Bild. Das ist nur das Gnome-Bild. Lol. Ist das? Nö. Einfach ein sinnloser Dom, wo ich ein Boden kommt. Jawohl. Minderwertigkeitskomplexe. Ich muss überall was aus dem Boden wachsen. Was groß ist. Und gerade. Ah, ne. Oh. Oh, das stimmt. What the fuck. Noch was großes langes. Woah. Da würde ich aber Minderwertigkeitskomplexe. Woah. Wie krünftig. Woah. 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 Hi. 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 Wir haben einen Riesenwoom. Wir haben einen Riesenwoom im Boden. Ich sollte einen Wurm darstellen. Ich hab keine Augen im Kopf. Oh, 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 oh. Ja wer weiss. Aber ich kann so einen bestimmten Borsees hier aus darstellen, das von allen Columbia Trumpp 008 oder Westeuώνowos zu nutzen, oder who. Das kommt dann auch nachher kann. Es kommt dann wieder ab. Hay. Perfekt! Oh, ey, da kommt ja ein Incoming nach dem anderen! Hey, da ist ja gar nichts! Ja, das ist ja explodiert, diese Seite! Oh dear, I'm reloading! I'm reloading! Hey, is'n Wurm! Ich kann es sich nicht auszutausch, dass ich bald die NPCs hauen, du nicht! Hm, hm! Ich kümmere dich auch um das Leuchten dann auch zu. Mache! Äh, geht nicht kaputt! Oh, das Permabebe! Oh, das Permaincoming! Das hört ja auch nicht auf, wenn ich zwei, drei Mal hintereinander höre, mit Pearl's Sirene, wie es... das Incoming-Art... Mensch, Mensch, kann ich special infecten? Ah, du hast auch eins geworfen! Ach, du auch? Ja! Zwei Idioten, ein Gedanke! Ja! 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 Das ist fertig! Nein! Hör mal auf! Zum Spawnen! Geht's doch nicht! Alter! Alter! Hör mal diese Verdammt Leute! Reaktion! Ich reaktion! und ist auch immer noch nie ab vielleicht muss man mal die dinge gesetzte kommt um ihn kommen um ihn komm ihn Ne Ich glaub wir haben's putt gemacht Dammit Hi Was können wir jetzt noch machen? Hm Das hat's noch so viel Ah fuck Oh das wird doch Gnome Und Pille Adrenalin Hetzel Bäh Was hast du gefunden? Oh Wuh 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 auch auch nur Ernst Burt Mo Alka mit der Tonellin schafft man das Dachdach Und was jetzt mit dem Gnome? Der Turm ist doch rausgekommen! Das muss man da reinwerfen! Das wäre das einzige Logisch was mir einfällt! Wo ist der Turm? Wo ist der Turm? Wo ist der Turm? Jetzt muss ich nur noch treffen! Jetzt heisst es Basketball Time! Oh ja! Oah! Nooo! Surfer! Uäh! Das hat geklappt! Das hat geklappt! Ja, ja! Was passiert jetzt? Was ist passiert? Da hinten luchtet etwas! Geh mal rein! Aaaaaaah! Loll! Cool! Laser Visier! Medikits! Was? Ich bin im Paradies! Wo bin ich? Katana! Ja, ok! Alter, hier hast du alles! Alter! Ich habe die Medikits! Ich habe die Medikits! Ich habe die Medikits! Ich habe die Medikits! Wer hat alles? Ich habe die Medikits! Hör auf! Ich werde sie heilen! Jetzt ist alles! Oh! Oh! Ich bin ein Genie! Oh! Ich bin ein Glasernbeinig! Amt! Zwei! Der Schlau-Raffen-Land! Gamer-Schlag-Raffen-Land! Oh! Was soll ich? Oh! Ah! Das kann man also machen! Ah! Und dann kann man hier öffnen! Komm immer wieder rein! Oh! Ah! So geil! Spoke her! Spoke her! Spoke her! Ist das ein Laser-Visier einfach? Oh, Mist. Hat nicht geklappt. Okay. Das muss man also machen mit dem Big Dick. Cool. Aha, dann muss man also den Gnom holen und ihn da reinschmeissen. Geil. Jetzt sind wir noch da. Ja, der ist noch da. Tipptopp. Geile Sachen. Da ist irgendwo ein Boomer. Ist ja episch. Geil. Geil. Aber komm schon, ich muss da rein. Moment, da rein. Probier mal ein bisschen dummes. Geil das, du Zombie-Bastard! Langt das? Boomer hat Schmerzen. Ich hab Boomer getroffen. Vielleicht blockiert der Boomer? Hm. Was irgendwie unwahrscheinlich klingt, aber... Er weiß ja nicht. Aber das find ich mal geil, dass ich einen E-Stack gefunden habe. Ich hab einen E-Stack gefunden, ja! Ich hab einen E-Stack gefunden. Coach, lass dich jetzt Zombies in Ruhe! So. Oh nein, ich hab den Ding nicht getroffen. Geil. Grenade! Alter, wieso haben wir das kaputt gemacht? Geht's auch nicht. Ja, weiß auch nicht. Vor allem... Wie? Achtung. Ich bin doof! Falling down! Äh, ich bin überfordert. Ich auch. Wieso sollen wir jetzt da rein kommen? Kein... Ich will noch eine Sache einfallen. Sterben. Jetzt geht die Tür nicht mehr offen. Geht's! Ha ha! Smoker, Smoker! GIGA-Rauchwolke! Oh, ich bin fast ständig. Alter! Alter! Wo schaut das Schaffi? Nein! Ich will dir zeigen. Ich will dir zeigen. Cadet. Cadet. Was ein Bord auf der Seite. Was ein Bord auf der Seite. Ich bin sorry. Nein! Na! Kannst du bitte unterhalten? Ein Requisit in Ihrer Höhung. Hast du mich eine Fülle von mir? Geht's unser Bestes! Na! Alter! So knapp gesehen! Ich sehe die Linse. Lass auf dir zeigen. Lass mir dir zeigen. Drei zeigen dir. Das ist doch nicht! Ich sterbe nicht so heiß! Hey! Du hast mir eine Dose! Ich bin drauf! Jetzt musst du es auch nur noch ausarbeiten, dann haben wir es. Incoming? Weisst du wieso? Der Stein hat es einmal kurz bewegt. Oh nein! Das Bitter kommt. Schaffst du das? Du musst langsam auf Hockey gehen und ganz langsam mit W und D langsam überdrucken. Und mit dem Maus ganz fein steuert das. Ja, nur dieses Teil bin ich nicht hoch. Du musst am Rand stehen. Du darfst nicht auf der Tor-Kante stehen. Du musst auf der Boden-Kante stehen. Und dann einmal draufkumpen. Hast du gesehen? Und dann sehen wir. Ganz komischer Trick. Ob wir das schaffen, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Toot Intin 2 Tschau! Tschau!